I will always find you Ich stelle mich mal in die Mitte Da gebe ich das beste Ziel ab Ich hätte ihn jetzt gerne gehört, weil das ist jetzt ein bisschen... Ich kann mich nicht bewegen Wir sind oben Ich kenne die Teile Warte Warte Und freue mich, dass er wieder da ist Der Blitz Ich drücke hier für Installation entfernen Und setze sie wieder hier ein Und gehe zurück Bitte 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 Das rückt gerade Ich kann bestimmt nicht den machen Ich kann doch den machen Aber das hilft nichts Deswegen mache ich erstmal den da Ups Dann mache ich den da Ich bin gespannt was passiert Ich bin gespannt was passiert Ich bin gespannt Natürlich Ich bin gespannt Ich bin gespannt Jürgen Das war's für heute. Das ist doch nur Phase 1, oder? Oder auch nicht. Inneres. Ja, komm. Okay. Toll, jetzt gehen wir auch noch in diese Kreatur rein. Und sind zum 2D-Jump-Man verkommen. Naja. Das sieht jetzt crazy aus hier drin. Ich bin mal gespannt, was... Ach ja, Herz rausreißen. Ich dachte, das Spiel wäre blutfrei. Naja. Oh, hi. Hi. Ja, du hast den guten Teil verpasst, ja. Ich hab das Ding hier besiegt und sind dann... Herz und so und sah richtig cool aus. Und wir gehen in die Hauptlobby. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind wo? Wo sind wir? Spann mich nicht auf die Folter. Wir sind da. Das sollte uns auf die Konkurse führen. Ja, das ist schon, aber was ist hier? Hier ist nichts. Näher kommen. Eingang. Adro. Ich würde mich wundern. Oh, eine VLC-Terminal. VLC-Terminal. Ich hab eine Nachricht erhalten. Das ist wirklich du. Hallo, Asher. Ja, aber du hast für Grant gekommen. Gut. Ich würde dich aufhören. Es ist nur... Wir sind in der Hand. Wir haben uns selbst in... ...prekautionärer Umstände. Also, sie werden uns hier auch nicht befreundet. Ich hätte besser gehen. Grant braucht mich. Ich hoffe, du bist nicht in diesem Schraubchen. Äh, tue ich auch nicht. Aber ich antworte. Bis bald. Ja, wenigstens wissen wir, dass sie hier sind. Und ich bin gespannt. Wir finden sie auf jeden Fall. Auch wenn ich ein bisschen irritiert bin, dass ich... ...zwei Stockwell. Zwei Stockwell. Ich will wirklich nicht regretten, was irgendwelche Inkonvenienz oder Aktionen haben, die dir gekostet haben. Hier ist deine Sprache zurück. Hier ist dein Körper. Have a nice day. Schönes Ende. Wird wahrscheinlich nicht so passieren, weil du hast es gerade gesagt. Ähm. Oh no no. Zwei Stockwell hoch, eins runter. Finde ich komisch. Dann wieder zwei hoch. Aber wir sind oben. Na, fast. Und die Musik wird gut. Ich glaube, ich höre mir den Soundtrack doch irgendwann mal. Irgendwann. Willkommen ins Dienstleistung. Ich wünsche mir mein eigener Elite-Club. Ein spezielles Uniform. Ein secretes Handshake. Privatsprache. große Pläne. Du willst ihn? Denk auf. Ich stehe auf. Ja, und wenn du einen Privat-Tub aufmachen möchtest, möchtest Schwertchen. So, mal gucken, was mich hier oben jetzt erwartet. Also, außer dem Zugangspunkt hier. Bracken-Towers-Konkurs. Never had the pleasure. So, let's see here. Must be the express lift. Vier Platz. Vier, vier Platz. Archivgalerie. Verlorene Daten-Dateien. 1,6 mal e hoch 13. Das sind... Millionen sind sechs. Milliarden sind sieben. Danach weiß ich nicht mehr weiter, wie es deutsch ging. Für voll viele. Okay. Sehr viel Platz. Und eine Tür geht weiter. Führt weiter. Und die anderen nicht. Und seien die Musik weiter stampft, mache ich auch weiter. Ich gehe mal in die Offizite. Warum sind sie sogar hier? Äh, hat man das schon? Nein. Wenn alles verändert, nichts verändert. Das ist die Camerata's Creed. Unsere Mission. Wir lieben unsere Stadt, wie es ist. Wir wollten es nicht sehen, weil jemand da nicht ließ die Farbe des Blancs. Alles, was wir tun, alles, was wir tun, ist für Cloudbank. Liar. Warum... Warum... Warum nicht er sein würde? Okay, Firewall nehme ich mir als letztes vor, aber das klingt so wichtig. Hinter der Tür betrete ich erst mal euch. Sie kommen vor. Zu den Menschen von Cloudbank. Wir haben das gemacht. Wir, die Camerata, sind die responsablen von unverletzenden Verrückung, die gegen diese Stadt und ihre Bürger. Das ist eine Formal Admission von Guilt. Ich solemnly swear, alles geschrieben hier ist wahr. Ich weiß, dass ich für diese heiligen Verrückung für diese heiligen Verrückung verletzenden Verrückung gegen die Stadt und Cloudbank. Meine Begriffe sind Sybil Rise, Royce Brackett, und Grant Kendrell. Wir allein sind zu schuld. Vielleicht ist unser peinlicher Verrückung, dass du keine Justiz bekommst. Für jetzt werden wir alle die gleiche Verrückung verletzen. Was habe ich getan? Gegen keinerlei Gerechtigkeit widerfahren wird. Für den Moment sind wir alle gleichermaßen. Verdammt. Hey, Scheibe. Was hast du vor, wenn nicht das? Ich gehe mal in den Wartungsflügel. Ja, wir schauen uns da. Verrückung. Start. Diskussionen vor. Das ist nicht, was sie wollten. Der Prozess. Der Prozess. Diese Dinge. Sie antworten nicht mehr zu uns. Sie antworten nicht mehr zu niemandem. Wir haben gedacht, wir könnten sie ohne den Transistor stoppen. Wie Sie sehen, das geht nicht gut. Also, ich glaube, du bist nicht überrascht, ob du es überrascht hast, oder? Nachdem wir alles getan haben. Nein. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte ich mich jetzt noch... Warum hast du mich angegriffen? Andere Seite. Oh, ein Zukunftspunkt. Wenn ich nicht brauche. Ich habe Spaß gemacht. Diesen Leute. Ach. Kloppgänger. Der sich versteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Not yet Sick Sick Ich hätte gern meinen B-D-D-D-F Hat er vor, haben wir noch zwei Zugangspunkte, deswegen lege ich mir jetzt erstmal den Kollegen auf B In der Hoffnung, dass ich den Stacht hier noch vorsetzen kann, nein Dann lassen wir es hoch Wartenschacht Da muss ich etwas, was wir hier nutzen können Oh, was ich hatte in mind Turnstörer Erst Y Und da war es das auch schon Okay, soweit so Und da war es Ah, hier kann ich mich Almost Und da war es Und da war es Und wieder ein Level hoch. Das ist doch schön. Äh, Perch. Spawn einen zielsuchenden Parasiten, der Gegner von innen heraus zerlegt. Mitgenommen. Ermöglichst die gleiche Installation von morgens mehr Funktionen. Und ich könnte mir noch Terminierungsbarnprozess mit 10x zählen. Ich bin da. Äh, hier links. Weil jetzt kann ich noch mehr installieren, und zwar mache ich den Parasiten jetzt hier hin. Schade, ich mache den Parasiten da rein. Unterstütze den mit ihm hier. Und mit ihm hier. Und geh nochmal da rein, weil ich hab grad was übersehen. Äh, ich kann ja mein Hündchen auch nicht setzen. Okay, lass mal so. Aktuell? Aktualisierte Benutzerte da dran, Funktion zu verteilen. Was hast du denn zu sagen jetzt? Ich denke, du sollst flattere. Für weitere Nachrichten an sie. Es war nichts persönlich, du weißt. Du war wert. Handpick. Unique. Aber, von vielen. All we needed was your point of view. To give the people what they didn't know they wanted. Das all we ever wanted. All Grant ever tried to achieve. The rest was merely incidental. Was gut können vier Personen in dieser Stadt in dieser Stadt mit nur ihren eigenen vier Vortrags erreichen? Nun, wir haben unsere Antwort gefunden. Wir haben es direkt da, in deinen Händen. Warum sprechen sie für die Hand? Um und um. Schön. Level 3, Spawned Shardsame. Das ist doch schön für dich. Na komm. Versuchen wir es mal. Das ist nicht so gut, Schwung. Das ist nicht so gut für dich. Das ist nicht so gut für dich. Du kriegst jetzt erstmal B hier. Ich will B auf die da setzen. Naja, blockiert. Jetzt B, blockiert. Dann halt, das ist so, zweimal. Oh, Prozess verbessert. Schutzschild. Gut, got me a go. 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 So, was habe ich übersehen? Jetzt aber immer, dass er es kämpft. Gut, got me a go. Wer ist da? Wenn ich das wüsste. Gut, got me a go. Ich fürchte. Gut, got me a go. 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 Vielen Dank.